okie dokie freedom 3.1 das sieht korrekt aus ok 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 Hänger des Grauens. Ich weiß nicht, irgendwie wird das mit diesem Texturenachladen wieder schlimmer. Kann das sein, oder? Nee, halt. Da. Ist aktiv. Na gut. Oh. Aha. So einfach im Mess funktioniert das mit dem Flashlight wunderbar. Oh, hier sieht man, hier ist es mit dem Flashlight komplett. Ja, Schockerless. Um jetzt mal auf Denkis zu sagen, ne? Ah, so. Erst mal Studio, ein bisschen cheap. So, perfekt. Weil ich meine bei, äh, ja, mittlerweile spielen wir dieses Extermination Day Realism Tactical. Ja, auch auf der neuen Engine. Hä? Da einer? Ach nee, das wäre jetzt alles der gleiche. Äh. Perspektive. Haben wir das schon so schon nachgeladen? Ja, haben wir. Okay. Äh. Äh. Aber das hier, hier, hier funktioniert es auch wieder mit dem Flashlight extrem. Gut. Ja Mädel, in Deckung gehen und dann schießen. Ist ein bisschen dumm, ne? Wuhh? Wuhh? nochmal eingegangen? Nee, ne? Nee. Bitte nicht allzu viele Pinkies. Sachte er und es kam eine ganze Horde. Wir haben nur 200 Schuss. Das heißt also, wir haben noch 50 Schuss übrig. Danach ist die Munition, die ich bisher gesehen hatte, aufgebraucht. Hä? Das wäre wieder am Anfang. Nee, doch nicht. Warum ist der da total Pinkie? Also von da kamen wir. Wir müssen also hier durchfragen. Und ich weiß jetzt schon, dass uns diese Brühe wieder wehtun wird. Ja, war doch klar. War doch klar. Wir müssen also gleich mal rüber oder gucken. Erstmal, ob wir irgendwo ja dann sitzen. Aufsatz. Oh, Alter. Wobei mir gerade einfällt. Scheiße. Oh, nein. Leichenschänder. Du kleiner Rabauke. Wir können ja erstmal alle anlocken und dann wieder zurück hier in diesen Bereich gehen. Da kann man besser ins Tätigungsmodus bleiben. So. Na kommt, Leute. Ich wünschte, wir hätten endlich mal eine Auto-Shotgun. Wir haben keine Auto-Shotgun, wir haben keine Super-Shotgun. Wir haben nur dieses Standard-Modell. Und doch für die haben wir noch keine Upgrade. Ach ja, gibt's ja gar nicht. Upgrade gibt's ja sowieso nur bei Project Brutality. Aber so ein Stab-Magazin wäre schon echt geil. Hätten wir wirklich weniger, äh, Nachladezeit. So, kommt jetzt noch was, oder? Da waren doch noch mehr Kakodina. Ja, war doch klar. Ach, das ist schon eine Munition. Sehr schön. Ah, das ist schon ein Exit. Sehr schön. Ja, so mach ich meine Map-Def. Ja, ja, wundervoll. Und einmal durchgelallt. Oh, das war so eine Sequenz. Sehr schön. Ich meine, Hand ist mir leider schon, natürlich. Aber trotzdem sehr schön. Oh. Oh, nice. Eine shorte Abkürzung. Okay. Ja, das ging ja mal flott. Oh, wir haben noch drei Kinder vor uns. Gut, wir haben noch ein bisschen harte Munition. Harte Munition. Ja, short rein ist nicht hart, ne? Die ist voll weich. Wie wackelt man die? Was? Alter, wie die uns eiskalt getroffen haben, diese Schwucht geliehenen. Danke. Jetzt bin ich aber sauer. Na doch, nachgelassen. Okay. Oha. Gut. Ja, das ist dann im nächsten Level. Dann wissen wir also schon mal, wie es losgeht. Mit einem kleinen Massaker. Schau mit Frau. Ja, das ist dann im nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal. Vielen Dank.